Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Eigenschaften von Kunststoffen – Leistungskurs. Der Film gehört zur Reihe Kunststoffe. Als notwendige Vorkenntnisse solltest du das chemische Wissen bis zur 10. Klasse mitbringen. Mein Ziel ist es, dir in diesem Video die grundlegenden Vorstellungen über die Eigenschaften von Kunststoffen zu vermitteln. Der Film ist in sieben Abschnitten untergliedert. 1. Anforderungen an einen Kunststoff 2. Eigenschaften und ihre Veränderungen 3. Polyethylen 4. Polystyrol 5. Polyvinylchlorid 6. Recycling und Abbau 7. Zusammenfassung 1. Anforderungen an einen Kunststoff Bei Kunststoffen handelt es sich um künstliche Polymere. Für einen Kunststoff sind kostengünstige Herstellung und ein damit verbundener, annehmbarer Preis wichtig. Als Konstruktionsmaterial soll ein Kunststoff über gute Gebrauchseigenschaften verfügen. Wichtig ist eine gute Verarbeitbarkeit des Rohmaterials. Und schließlich sind Recycling und biologischer Abbau von großer Bedeutung. Die letzten drei Punkte wollen wir im Video erörtern. Zur Herstellung und Preis möchte ich einige Worte sagen. Kunststoffe werden großtechnisch wie in dieser Fertigungsanlage produziert. Für die ungefähren Preise Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.